Mit Hausmitteln durch die kalte Jahreszeit, wie geht denn das? In einem eineinhalbstündigen kurzen Tutorial können Sie in Modulen in diese Welt der Hausmittel ganz einfach eintauchen. Egal ob es jetzt um etärische Öle geht, um die schlichte Hauszwiebel, um Zitronen oder Fußbäder. Hier finden Sie viele Antworten auf Ihre Fragen über das Wie und Wann und Warum. Wie kann ich denn das alles anwenden und machen? Ich freue mich sehr, wenn Sie einschalten und über das Schlossberg Institut zu meinem Workshop dazu stoßen. Bis bald! Gabriele Schenk-Weidinger